In dieser Episode erfährst du, erstens, dass es dieses Problem wirklich gibt. Der Interviewpartner teilt die Episode, also das Podcastgespräch bei dir im Podcast nicht. Zweitens, warum das Podcastgespräch vom Interviewpartner geteilt werden muss. Und drittens, was du dafür tun kannst, damit dein Interviewpartner die Episode auch wirklich teilt. Also, viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Marketing wirkt. Wir zeigen dir, wie du als Unternehmerin mit deinem eigenen Podcast deine Message hörbar machst. Ich bin Hanna Steingräber, Gründerin und Inhaberin der Full-Service-Podcast-Agentur Podcastliebe. Wir entwickeln Podcast-Strategien, übernehmen die Postproduktion und finden mit dir gemeinsam Wege, deinen Podcast erfolgreich zu vermarkten. Dies ist Episode 118 mit dem Titel, das Podcastgespräch muss vom Interviewpartner geteilt werden. Und das ist auch genau das Problem in dieser Folge. Das ist mir wirklich passiert und heute weiß ich auch warum. Also, ich wusste eigentlich kurz danach, warum. Und genau das möchte ich dir gerne heute auch weitergeben, damit du einfach gefeit bist und dieses Problem nicht in dein Podcaster-Leben reinholen musst. Mir ist es also mal passiert, dass wirklich mein Interviewpartner die Episode nicht geteilt hat. Ja, ich habe in dem Moment, als die Episode veröffentlicht wurde, mich gewundert. Ja, er teilt es gar nicht auf seinen Kanälen. Was ist denn los? Schreib ihn mal an. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dann über LinkedIn angeschrieben, auch meine E-Mail geschickt. Nichts zurückgekommen. Derjenige war wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Man hat aber schon gesehen, dass er online aktiv war. Ob das jetzt sein Assistent war oder so. Ich I don't know. Ist auch egal. Ich habe denjenigen nicht mehr erreicht und das war halt einfach blöd, auf Deutsch gesagt. Und deswegen ist das wirklich bei mir so eine Regel. Wenn ich jemanden zu mir in den Podcast einlade, dann muss derjenige auch das Interview teilen. Also es ist eigentlich das Normalste von Welt. Und wie gesagt, das ist mir auch nur einmal passiert. Aber um dem eben vorzubeugen, werde ich dir jetzt auch gleich noch ein paar Tipps geben. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja gut, da muss ich denjenigen zwingen jetzt, dass er das Interview teilt. Das ist ja irgendwie auch nicht so schön. Da gibt es aber einen schönen Weg, das zu machen. Und das werde ich dir, wie gesagt, auch gleich alles sagen. Aber erst mal musst du, wenn du diesen Gedanken hast, auch verstehen, warum soll denn derjenige überhaupt das Podcast Interview teilen? Und zwar hängt das natürlich damit zusammen, dass ihr beide eure Reichweite erhöht. Denn er bekommt ja Zugriff auf dein Netzwerk. Denn du wirst seine Folge in deinem Podcast teilen. Deine Hörer werden das hören, werden auch dann deinen Gast hören, seine Expertise und sagen, Mensch, den schaue ich mir doch mal genauer an. Ja, also damit machst du wirklich deinem Gast ein Riesengeschenk. Genauso sollte derjenige natürlich auch bei sich im Netzwerk diese Episode teilen, damit du Zugriff aufs Netzwerk deines Interviewpartners bekommst. Ich finde, das hat einfach mit Respekt füreinander zu tun. Und wie du das hinbekommen kannst, dass wirklich dein Interviewpartner die Episode auch teilt, da habe ich mir jetzt mal einen Plan überlegt. Aus Gründen, weil bei mir ist es wirklich auch schon mal total falsch gelaufen. Also bevor ich dir das wirklich jetzt erkläre, im Detail praktisch zum Mitschreiben, möchte ich dich bitten, diesen Podcast mal zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Denn ja, ist ja kostenfrei. Und dann bekommst du weitere solche Tipps und spannende Podcast-Evisionen direkt in deinem Player angezeigt. Also ich freue mich, wenn du hier dabei bist und begrüße dich jetzt schon mal als neuer Hörer oder neue Hörerin. So, was kannst du denn jetzt genau tun, dass dein Interviewgast auch wirklich das Interview teilt, sprich die Episode teilt? Da muss man wirklich früher ansetzen und ein Vorgespräch führen. Ich gehe mal davon aus, vielleicht machst du das auch schon, dass du ein Vorgespräch führst. Da klärt man ja wirklich viele, viele Dinge ab, die aber jetzt hier keine Rolle spielen. Denn das, was jetzt eine Rolle spielt, ist, dass du im Vorgespräch wirklich auch den Part Promotion abklärst. Also die Bewerbung der Podcast-Folge, das ist total wichtig. Das heißt, das sind Dinge, die kannst du dir vorher überlegen und dann mit dem Gast auch besprechen. Ja, auf welchen Kanälen soll derjenige teilen? Ist das dein Facebook, sein Instagram, TikTok oder vielleicht auch nur eins davon, vielleicht ist es auch nur LinkedIn. Das könnt ihr festlegen, das solltet ihr wirklich festlegen. Soll derjenige auch die Episode im Newsletter teilen? Ist auch eine gute Möglichkeit. Da hast du dann einmalig auch die Möglichkeit, von dir ein bisschen Promotion zu machen im Newsletter einer anderen Person. Ist doch super. Du kannst ja genauso auch bei dir die Folge im Newsletter teilen. Wenn du ein Newsletter hast, wirst du das mit Sicherheit auch machen. Dann würde ich auch besprechen, soll dein Gast wirklich einen Post auf Social Media machen vor Veröffentlichung und dann vielleicht auch einen nach Veröffentlichung? Also wie viele Postings soll es geben? Soll es vielleicht auch nur eins geben? Wollt ihr sagen, ihr postet da jeden Tag was? Ihr macht richtig aggressiv Werbung für die Episode? Wie auch immer, legt es auf jeden Fall fest. Und darin ist wirklich auch die Essenz, so einen Mini-Vertrag zu machen. Also Vertrag kommt von sich vertragen. Das heißt, ihr Vertrag verträgt euch einfach über diese Tatsache, dass ihr gemeinsam Promotion machen wollt. Und da muss jeder eben seinen Teil zu machen. Das heißt, ihr schreibt wirklich auf, wer hat jetzt welche Aufgaben bezüglich der Promotion. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich so, Gott, ein Vertrag. Ja, das klingt jetzt so groß. Deswegen sage ich ja Mini-Vertrag. Also, dass ihr es einfach nur schriftlich festhaltet. In einer E-Mail, in einem Dokument. Und wirklich sagt, so machen wir das. Abgemacht. Ja? Ja, einverstanden. Yes. So läuft das. Weil wir auch beide was davon haben. Das solltest du deinem Gast auch nochmal klar machen. Ich habe dir ja vorhin erzählt, warum es so wichtig ist, dass beide Seiten Promotion machen. Wenn er das verstanden hat, wird er das auf jeden Fall auch umsetzen. Also wüsste ich nicht, warum man das nicht machen soll. Es hat auch zudem unheimlich viele Vorteile, wenn du wirklich klare Regeln hast. Ja? Gegenteil von klaren Regeln ist ja Chaos. Und mit klaren Regeln bist du halt professionell. Es gibt da keine Diskussionen. Der Gast teilt wirklich die Episode und ihr beide profitiert vom Interview. Das ist ja genau das, was man sich wünscht. Damit das Ganze auch einfach vonstatten geht, mach es deinem Gast wirklich leicht. Also sende deinem Gast Erinnerungs-E-Mails zur Promotion. Denn wenn ihr jetzt ein Interview aufnehmt und das in zwei Wochen dann veröffentlicht wird, da ist so viel schon passiert. Da ist es wichtig, dass der Gast nochmal erinnert wird zu den bestimmten Zeitpunkten, dass jetzt wirklich hier Promotion angesagt ist. Da kannst du dir E-Mail-Templates machen. Das sind dann zwei Klicks und so eine E-Mail ist draußen. Also super perfekt. Ja? Was du noch machen kannst ist, und das würde ich auch im Vorgespräch besprechen, dass du deinem Gast Grafiken für Social Media zur Verfügung stellst, die er teilen kann. Oder Vorlagen dafür wenigstens. Du solltest deinem Gast auch den Link zur Episode schon mal verraten. Vielleicht hast du einen Kurzlink auf den Artikel oder auf deiner Webseite, dass der Gast einfach genau weiß, den Link kann ich teilen mit der Grafik. Brauche ich mir nur noch einen kurzen Text überlegen. Zack, kann das Ding raus. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wie bei so vielem, überprüfen, dass andere auch arbeiten. Also überprüfe bitte auch, dass dein Gast wirklich auch die Episode promotet. Weil aus irgendeinem Grund kann es dann doch nochmal untergehen. Vielleicht ist derjenige krank geworden. Man weiß es ja nicht so genau. Und sei da wirklich in Kontakt. Das heißt, es sollte auch Antworten geben auf diese Erinnerungs-E-Mails. Da wirklich nochmal ein Follow-up machen, wenn da nichts kommt. Nach einem Tag. Ja, oder anderthalb, zwei Tagen. Das weißt du schon, wie du dein E-Mail managst. Wirst du sicher auch einen Plan haben. Genau. Bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, auf was es hier wirklich ankommt bei diesem Thema Gast. Teile bitte die Episode von unserem Podcast-Gespräch, von unserem Interview. Wollte ich dir gerne unser kostenfreies Podcast-Bundle vorstellen. Das kannst du dir kostenfrei runterladen. Trägst dich einfach mit der E-Mail-Adresse ein. Du findest das Podcast-Bundle im Link unten in den Shownotes. Und im Bundle enthalten ist das kostenfreie Podcast-Tool ABC. Die Landkarte für dein Podcast-Konzept, dass du wirklich innerhalb von einigen Schritten dein Podcast-Konzept aufbauen kannst. Und ich teile auch mit dir die fünf Fehler, die es zu vermeiden gilt beim Podcasten. Denn mit dem heutigen Fehler hast du dann auf jeden Fall schon mal einen sechsten dabei. Also, was haben wir gelernt? Es ist unheimlich wichtig, dass du den Gast freundlich zur Verantwortung ziehst, dass er das Podcast-Interview teilt. Dafür solltest du auf jeden Fall Regeln zur Podcast-Promotion im Vorgespräch gemeinsam mit dem Gast festlegen. Und mach es bitte deinem Gast auch leicht, die Podcast-Episode zu bewerben. Indem du zum Beispiel einen Link zur Folge teilst und auch die Grafiken für Social Media einfach schon bereitstellst. Und am Ende ist es wichtig, dass du wirklich die Podcast-Promotion, ausgeführt durch den Gast, auch überprüfst. Ist da wirklich was passiert? Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim gemeinsamen Promoten der Podcast-Episode mit deinem Gast. Schau dazu unbedingt auch in die Shownotes für weitere spannende Podcast-Ressourcen. Und ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hanna Steingräber und das war die Episode 118 des Podcasts Podcast-Marketing wirkt mit dem Titel Das Podcast-Gespräch muss vom Interviewpartner geteilt werden. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss. Hanna Steingräber Heir Haís Heir